hallo hallo und willkommen zu einem neuen paypal update ja übergeordnet nur ganz kurz für die neuen zuschauer wir haben ja auf dem paypal chart übergeordnet eine fünfteilige aufwärtsbewegung gesehen in das hoch vom februar 2021 die ist ganz okay die fünfteilige bewegung kein problem kann man mit leben kann man mit arbeiten die bewegung nach unten ist relativ rapide ausgefallen wir hatten hier einen preisverfall seit dem hoch von circa acht oder 83 prozent durchaus ein sehr sehr deutlicher preisverfall den wir sonst auch nur so vom krypto markt kennen wobei naja die tech aktien die sind auch sehr volatil und vor allem wenn aktien ihre erste 1 2 struktur ausbauen dann ist es durchaus so dass die gerade auch die tech aktien ja auch gerade jüngere aktien paypal ist ja eher eine jüngere aktie die können da eben noch mal deutlich korrigieren übergeordnet heißt das sollte jetzt tatsächlich hier der boden ausgebaut worden sein bei paypal dann haben wir hier durchaus mittelfristig chancen von preisen über 300 dollar ich will gar nicht irgendwelche mondziele nennen die projektionen sind aber da und preise über 1000 euro langfristig sind durchaus nicht unrealistisch natürlich muss man das risiko immer mit im auge behalten es gibt keine garantien es gibt keine versprechungen aber wir haben hier durchaus eine chance bei paypal vor allem weil ja auch der boden ausgebaut sein könnte jetzt ja es hängt ja immer davon ab ob ihr was für eine art investor oder händler ihr seid oder trader wartet ihr lieber auf bestätigungen dass zum beispiel eine trendwende geschafft ist oder wollt ihr lieber ins fallende messer greifen oder vielleicht eine mischung das kann ja auch ganz sinnvoll sein so mache ich es manchmal gerne langsam schon mal rein skalieren in den abverkauf aber durchaus mit einem blick auf das risikomanagement vorsichtig eben und dann erst wenn ich einen engeren stop setzen kann dann macht es ja auch erst sinn aggressivere positionen auszubauen wir haben ja jetzt bei paypal schon länger hier einen möglichen boden im auge gehabt der ist immer noch nicht wirklich bestätigt aber wir haben jetzt vor ein paar wochen das erste mal gesagt ja der boden kann jetzt durchaus ausgebaut sein ja seitdem er da unten eben gewendet hat in diese in diesem bereich knapp über dem langfristigen support wir haben hier langfristigen support gehabt bei 49 dollar hatten hier vorher eine sogenannte endende diagonal struktur nach unten und damit war auch die abwärtsbewegung komplett oder nahezu komplett der hätte ruhig noch mal ein kleines tief machen können aber das ist so okay und er müsste halt jetzt nur beweisen dass halt der boden drin ist wie kann er das tun nun er müsste mir das zeigen indem er eine fünfteilige aufwärtsbewegung ausbaut ich sehe diese bewegung nach oben als eine mögliche diagonal bewegung es ist auf jeden fall kein impuls der hier ausgebaut wird es gibt verschiedene möglichkeiten über die wollen wir sprechen wie sich diese struktur gestalten kann aber grundsätzlich müssten wir einen bruch sehen über dieses hoch der b welle das wäre bei knapp 66 dollar das wäre auch dann ein sogenanntes umgekehrtes schulter kopf schulter muster hier auf dem chart wo wir die linke schulter hatten hier den kopf ja und vielleicht keine rechte schulter sich ausbauen die ist natürlich kein muss ich meine der kann natürlich auch direkt ausbauen ausbrechen also er muss jetzt keine rechte schulter bilden hier um auszubrechen aber dieses 66 dollar niveau ist durchaus ein breakout punkt dann haben wir auch diesen trendkanal preiskanal aus dem er nach oben ausbrechen müsste das ist ziemlich mal ja quasi das gleiche preis niveau ja wenn wir jetzt mal rein zoomen es geht ja immer darum es geht ja immer darum zu wissen okay was muss ich denn überhaupt sehen um zu bestätigen dass ein boden ausgebaut wurde naja wir haben hier ja schon das haben wir schon vor einigen wochen auf dem chart gehabt da hatten wir sogar einen kleinen einstiegsbereich hier unten beziehungsweise trendwende bereich es geht ja immer darum zu sagen okay ja was muss ich jetzt sehen also wir wollen ja sehen mindestens mal eine fünfteilige aufwärtsbewegung ja und gefolgt von einer dreiteiligen abwärtsbewegung so jetzt schiebe ich das hier nur gerade mal hier rüber es ist durchaus so dass das ja schon ein möglicher fünfteiler war der ist halt nicht so klar der ist relativ klein den kann man auch als dreiteiler definieren und das problem ist einfach die bewegung war sehr klein so und jetzt ist es halt so anhand dieser bewegung kann ich jetzt noch nicht klar definieren dass ein boden drin war die war einfach wie gesagt zu klein im kontext jetzt ist es so dass wir dann eben auf den nächsten wellengrad gehen wollen und sagen wollen okay dann möchte ich gerne vom nächstübergeordneten pattern von der nächstübergeordneten struktur eine fünfteilige aufwärtsbewegung sehen sieht mir so aus als ob er jetzt gerade hier wenn dann an einem diagonal arbeitet das sind halt strukturen die sind etwas unzuverlässig die sind nicht so klar sind keine impulse eine welle 1 wird oftmals als diagonal ausgebaut und das heißt wir hätten jetzt erstmal hier drei wellen nach oben vielleicht bauen wir gerade an der fünften vielleicht baut er gerade die fünfte aus und dann hätten wir hier möglicherweise mit noch einem hoch quasi den bereich abgeholt 62 dollar 63 dollar dann könnte das top drin sein problematisch an der gesamten geschichte ist allerdings dass im endeffekt im endeffekt traue ich keiner diagonale wenn die welle 3 nicht mal mindestens das 62 dollar niveau erreicht hat in diesem fall das ist 1,236 der extensionsniveau technisch gesehen wäre das schon mal drei wellen komplett aber um eine zuverlässige diagonale zu haben würde ich eigentlich gerne diese welle 3 noch als laufend betrachten das heißt er bräuchte noch zwei weitere hochs quasi erstmal die welle 3 mindestens an die 62 dollar und dann könnte die welle 5 gerne an die 65 laufen und dann hätten wir ja hier an diese quasi diese nackenlinie abgeholt also grundsätzlich sollte er noch weiter hochlaufen man kann das auch anders zählen aber ich habe noch keine klare fünfteilige aufwärtsbewegung möglich das wäre eine andere interpretation dass das hier eine 1 war die 2 wäre aber noch am laufen also quasi Welle 1 nach oben dann wäre das eine A eine überschießende B gefällt mir aber nicht diese Struktur und dann müsste er hier runterkommen in der C dann hätten wir eine 1,2 also eine Flat Struktur ja ist aber jetzt auch nicht so bin ich nicht so der Fan von wenn sich das noch abzeichnet würde ich mich da melden natürlich beziehungsweise das kommunizieren aber aktuell geht es darum ja Boden könnte drin sein durchaus und man kann es jetzt auch ganz simpel halten das ist jetzt einfach mal hier so für alle die auch ein bisschen die Wellen verstehen wollen da gibt es ja einige von euch wer das ganz simpel halten will da kann man einfach sagen okay Boden könnte drin sein kann man natürlich sich eine Long Position offen halten oder eröffnen wie man das halt will oder wartet auf den Rücksetzer aber natürlich muss dann dieses dieser Boden drin bleiben ja ist natürlich jetzt schon vielleicht ein bisschen spät wenn man sagt okay ich will den Stopp hier unter die 50 setzen wobei das hängt auch davon ab ich meine Chance-Risiko-Verhältnis ist ja genial wenn das hier wirklich ein langfristiger Boden war das muss man halt verstehen das wäre halt eine Möglichkeit ansonsten kann man auch auf den Rücksetzer warten wann der halt genau kommt das weiß man nicht ja ich hätte gerne dass er nochmal einen Rücksetzer uns zeigt bevor er hier ausbricht über dieses 66 Dollar Niveau aber grundsätzlich tendiere ich halt leicht dazu habe ich glaube ich in den letzten Videos auch gesagt dass der Boden drin ist jetzt aber es ist halt noch nicht klar wenn wir hier 5 Wellen schön fertig bekommen nach oben in dieser gelben Struktur dann kann man eben den nächsten Trendwende-Bereich wieder auf den Chart bringen das wäre dann dieser Rücksetzer in der Welle 2 da läuft aber auch nichts weg denke ich vor allem wenn man davon ausgeht hier mittelfristig Preisziele 100, 200 Dollar plus da machen die paar Euro wenn man jetzt noch ein bisschen oder Dollar wenn man jetzt noch ein bisschen wartet auf den Einstieg wahrscheinlich auch nicht viel aus aber im Endeffekt muss das jeder selber entscheiden ich kann nur mitteilen dass das jetzt halt so das erste Mal hier ist seit Ende November seitdem wir jetzt auch Paypal betrachten dass wir sagen der Boden kann drin sein das war hier nicht der Fall das war hier auch nicht der Fall die Strukturen sind jetzt halbwegs in Ordnung aber es ist halt jetzt noch kein Impuls der sich nach oben bildet es ist eher eine Diagonale die ist sehr langsam läuft eher so in Zeitloop ab und da braucht man ein bisschen Geduld und ja es sollte aber dann in dieser dritten Welle durchaus relativ rapide nach oben gehen nicht den Fehler machen zu denken eine Welle 2 muss immer tief sein also die kann auch mal relativ schwach ausfallen das heißt wenn man jetzt unbedingt eine Position will das sind ja immer so Geschichten dann wartet man wenn man unbedingt eine Position will man kann sich ja immer eine kleine Position holen mit einem Stopp unter dem letzten Tief ja und das wäre halt hier dieses Oktober Tief ja das ist jetzt nun mal so ein Vorschlag natürlich hier keine Beratung oder sowas das hängt immer natürlich von eurem eigenen Risiko ja der Risikoaffinität ab ja manche haben ja schon die ganze Bewegung angefangen reinzukaufen ich nicht nicht in der Bewegung nach unten ja habe ich auch immer erwähnt weil es ist halt das fallende Messer und jetzt haben wir halt wenigstens ein Niveau wo wir auch einen Stopp drunter setzen könnten viel mehr gibt es da jetzt nicht zu sagen man kann jetzt den Chart auch nicht durch noch mehr Wave Counting noch klarer machen es sieht okay aus ja das ist jetzt kein Weltklasse Chart aber es ist durchaus eine Chance hier da bei diesem Chart und wenn sich hier eine klare 1.2 Struktur abbildet wäre das halt dann auch noch mal eine mögliche Einstiegschance gut das ist meine Sichtweise zu PayPal hoffe euch hat das Video gefallen wenn dem so ist bitte ein Like da lassen Abo und ein Kommentar bis dann ciao ciao